Wer ab und zu in den Alpen wandern geht, der weiß, die Allgäuer Kühe sind die schönsten. Zugegeben, das ist meine subjektive Meinung. Natürlich gibt es da Fachmänner und Frauen, die können das deutlich besser, vor allem objektiver beurteilen und genau das passiert bei Viehversteigerungen. Die Objekt spielt dabei natürlich auch eine Rolle. Die Kühe werden rausgeputzt, gestriegelt, aber klar, im Fokus steht die Frage, wie produktiv kann ein Tier sein? Fabian Peters berichtet. Morgengrauen in Untertingau im Allgäu. Biolandwirt Richard Schindele bereitet seinen Transporter vor. Denn heute geht es mit einer seiner Kühe zur großen Milchviehversteigerung. Züchten tun wir schon seit Generationen, also ich bin jetzt mittlerweile die sechste Generation auf dem Hof, also uns gibt es seit Anfang 1800 und gezüchtet wird bei uns eigentlich schon seit 60, 70 Jahren. Also wenn die Kuh auf die Welt kommt, dann wird sie ungefähr drei Monate getränkt als Kalb, dann geht sie in die Aufzucht nochmal gute zwei Jahre, sage ich mal, und abkalben tut sie circa mit 28 Monaten, das erste Mal. Das Kalben ist notwendig, damit die Kuh Milch gibt. Weil ja der Milchpreis, sage ich mal, immer relativ schwankt, mal hoch, mal niedrig, und so das Zuchtgeschäft ist für mich immer eine gute Einnahmequelle, wo ich noch ein richtiges Zusatzgeschäft habe. Heute kommt die 28 Monate alte Jungkuh Oase unter den Hammer. Dafür muss sie natürlich schön sein. Schon am Vortag hat Richard ihr das Euter rasiert. Also wenn man eine Kuh kaufen möchte, sollte man schon darauf achten, dass sie gute Beine hat, dass sie ein gutes Euter hat, also dass das relativ hoch hängt, nicht schon zu tief, und dass sie so einen schönen Rahmen hat, dass sie einiger oder relativ gut bemuskelt ist und dass sie natürlich auch eine gute Milchleistung hat. Also lukrativ ist es dann mit 28 Liter, sage ich, bis 32 Liter. Ein Jungkuh muss auch noch nicht zu viel Milch geben. Nur wenige Kilometer vom Hof der Schindles entfernt befindet sich eines der größten Zucht- und Vermarktungszentren Deutschlands. Hier sollen heute 212 Kühe, 12 Stiere und 23 Kälber versteigert werden und hoffentlich auch Richards-Braun-Kuh-Oase. Die kriegt jetzt ihre Nummer. Danach geht es durch den Tiergesundheitsdienst, wo die Euterkontrolle stattfindet, dass alles in Ordnung ist. Dann geht es durch die Waschanlage vorne und dann geht sie in ihre Box. Ab jetzt kümmert sich der Veranstalter um die Kühe. Dafür behält er 5 Prozent des Auktionspreises ein. Tierarzt Jonas Heller sorgt dafür, dass nur gesunde Kühe bei der Auktion teilnehmen. In dem Fall dreht sich alles um die Milch. Wir machen bei jeder Kuh, die hier reinkommt, einen Schallentest. Das ist so, man melkt eine gewisse Milliliteranzahl an Milch. Dann gibt man eine Flüssigkeit dazu und wenn die Zellzahl erhöht ist, dann schlägt er an. Dann wird es so schlierig oder klumpt. Die Kühe werden nicht zugelassen. Außerdem Kühe, die Flocken geben, wo die Milch also sichtbar verändert ist. Und ansonsten schauen wir uns an, ob das Euter in Ordnung ist, ob wir Warzen haben, ob irgendwelche Verletzungen da sind, ob das Drüsengewebe locker, leicht ist und die Kuh gemolken wurde. Die Versteigerung wird bis zum Nachmittag dauern. Ungemolken würden die Tiere unnötig leiden. Richard hofft auf einen guten Erlös für Oase. Wenn der Milchpreis natürlich hoch ist, dann sitzt natürlich das Geld beim einen oder anderen Landwirt lockerer. Ist er bereit, einmal mehr auszugeben. Und andersrum natürlich auch, wenn der Milchpreis fällt, dann sind sie wieder zurückhaltender. 2000 Euro aufwärts möchte ich eigentlich für sie schon haben. Und das gibt dann immer eine gewisse Überraschung, aber ich denke, das klappt bei der momentanen Marktlage, klappt das schon. Die 19-jährige Veronika Spatz hofft sogar auf mehr. Denn so richtig freiwillig gibt sie ihre Fleckkuh Wasabi nicht ab. Ich mag die schon relativ gerne. Ich gebe die auch ziemlich schweren Herzens ab, aber wir sind einfach ziemlich voll im Stall. Und deswegen darf sie heute woanders hinfahren. Hoffentlich. Also 2300 hätte ich schon gern. Genau. Ja, ansonsten fährt sie wieder mit nach Hause und dann schauen wir mal. Bevor die Auktion beginnt, können sich die Käufer ein genaues Bild von der Qualität der Tiere machen. Hier geht es vor allem um die Euter. Die sollen die Interessenten nicht nur ästhetisch ansprechen, ihre Form ist auch für das Melken relevant. Die hat ein wunderschön vorbereitetes Euter. Da sieht man schön die Milchadern. Das ist ein Euter, was sehr in die Bauchdecke übergeht und wo die Zitzenstellung eher nach vorne ist. Was für meine Art an Melkstand zu Hause bequemer ist, weil wir seitlich zum Melken kommen, dann ist das leichter zum Erreichen, als wenn die Zitzen jetzt ganz hinter sind. Mehr als 600 Züchter, Händler und Landwirte sind heute zur Auktion angereist. Als erstes werden die Kälber versteigert. 60, 80, 22, 40, 240, 60, 80, 23, 320, 40, 340, 60, 360, 80, 500, 200, 500, 300. Beim Bieten zählt zwar Geschwindigkeit, trotzdem kommt auch die Gemütlichkeit nicht zu kurz. Den Einstiegspreis fürs Vieh schlägt zunächst Auktionator und Landwirt Josef Hefele vor. Dann wird in 50-Euro-Schritten geboten. Also ich hätte schon gern die 2300. Dann ist Veronikas Fleckviehkuh Wasabi in der Arena. Februar, jetzt, 16,50. 16,50, 17, 17, 17. Wenn Veronika mit dem Endpreis nicht zufrieden ist, kann sie ein Veto einlegen. Sie muss Wasabi nicht verkaufen. 20,50, 20,50, zum zweiten und die 2050 zum dritten. Ich würde nichts abgeben. Gibt's nicht ab, oder? 22, wie denn jemand? 23. Gibt's nicht ab, 22. 23. Schau mal an, die den Kitten. Ich bin nicht ab, die den Kitten. Er zahlt es. Also gut, für 23 gibt's ja her. Also ich bin jetzt zufrieden, ja, weil ich einfach finde, dass die Kuh das wert ist und dann bin ich auch da dahinter. Käufer Michael Heckel hat es nicht grundlos auf Wasabi abgesehen. Weil meine Frau gesehen hat, ich soll eine Fleckfigur mit heim bringen. Die ist aus dem Oberbayerischen, die wollte unbedingt eine Fleckfigur. Und es hat sich nur durch das ergeht, dass er am 6.2. besamt war ist und da ist schon mein Sohn auf die Welt gekommen. Also dann habe ich mir gedacht, das passt und zwei, drei, der Preis ist fährt. Auch Milchviehzüchter Richard Schindele hat eine klare Preisvorstellung. Unter 2.000 Euro will er seine Oase nicht ziehen lassen. Das ist schon ein bisschen so kribbeln, hat man schon. Ob Oase heute eine neue Heimat finden wird? 16, 50, 17, 17, 50, 18, 18, 50, 19, 20, 20, 20. Der Preis für die Bio-Kuh geht rasant in die Höhe und landet schließlich bei stolzen 3.350 Euro. 22, 50, 23, 50, 24, 50, 25, 50, 35, 50, 30, 50, der letzte Gewinn. So teuer habe ich noch nie eine verkauft jetzt hier am Markt. Passt. Und auch für Wasabi heißt es umziehen. Sie wird in Zukunft in Oberostendorf im Ostallgäu auf der Weide stehen. Und Oase muss auch nicht weit weg vom Heimathof. Gut 10 Kilometer entfernt in Markt Oberndorf befindet sich der Bio-Hof ihres Käufers. Für Wasabi und Oase beginnt nun der Ernst des Milchkuhlebens. Denn ab jetzt müssen sie viel Milch geben, um ihren Kaufpreis wieder reinzuholen. Wasabi und Oase beginnt. Vielen Dank.